Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und schau dir wieder für euch in Battle for Assault unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Angelsack-Opening. Ich versuche nämlich immer noch zwei Angeln aus diesen Angelsäcken rauszubekommen für mein Trunch-Mock-Gedönse. Und ich hoffe, diesmal habe ich ein bisschen mehr Luck. Die letzten Male war es leider nichts. Das Zeug hat eine 0,3%ige Chance, so wie ich das 0,3 bis 0,5. Und ja, ich hoffe, dass wir was rausziehen. 20 Säcke habe ich hier schon mal ausgesonnen. Ich würde sagen, wir starten mal durch. Nummer 1 war nichts. Nummer 2 auch nichts. Nummer 3 ebenfalls nichts. Nummer 4 und Nummer 5 auch nichts. Mir wurde auch mal geraten, dass ich hier angeln soll und diese Murlocs umboxen. Die sollen anscheinend die Angeln auch droppen, aber ja, da müsste ich halt ewig lang hier angeln. Und jetzt fahre mich lieber die Säcke. Ich denke, da komme ich schneller an mein Ziel. Hoffe ich zumindest. So, nächste 5 Säcke, die machen wir jetzt ganz schnell auf. Ich habe gesagt, dann popp vielleicht so zack die Angel auf, aber nein, wollte auch nicht. So, die Hälfte haben wir durch. Dann haben wir jetzt hier, ihr seht, mein Addon zeigt das auch an. Die zwei Angeln, die ich brauche. Knöcher, eine Angelrute brauche ich und die Juwelen besetzte. Und ja, machen wir nochmal 5. Oh, oh nein, das ist nicht die Angel. Oh, das ist dieser blöde Angelhut, den hatte ich letztens schon mal drin. Gib mir halt eine Angel, Mensch. Jetzt hatte ich kurz schon Hoffnung, ich sag's euch, ne? Ganz kurz so die Hoffnung und dann war es doch wieder nichts. Wieder maßlos enttäuscht hier von diesen Angelsäcken. Boah, was ist das? Eine Quest? Wird diese Anforderung nicht... Okay, es gibt eine Quest. Okay, also wir haben gut so einen Angelhut gekriegt, der bringt mir aber tatsächlich gar nichts. Das habe ich letztes Mal schon rausbekommen. Und eine Quest, da muss ich mal mich ein bisschen schlau machen und das ein wenig ergoogeln, was man über diese Quest kriegt. Vielleicht ist ja da auch die Angel drin, ich glaube es zwar nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Sonst, ähm, ja, haben wir wieder nichts gekriegt. Jetzt müssten wir schon insgesamt 80, ja, 80 fucking Säcke aufgemacht haben und einfach mal noch keine Angel. Oh Mann, das wird nur eine längere Geschichte, fürchte ich. Gut, naja, das war's dann wieder mit dem kleinen Opening. Und wenn ihr wollt, schaut euch das nächste Mal gern wieder rein. Ich hoffe, da werde ich dann eine Angel haben. Ich will sie nämlich vor den 100 Tries, will ich zumindest eine haben. Und ja, mal gucken. Bis dann. Euer Tila. Ciao. Ciao.